jo leute und damit willkommen zu super mario allstars mit dem flash mit centos hallöchen hallo ja wenn bei uns ein safestart starten soll ich mal ich hatte das mal aus jolo habe ich doch geschafft ja aber hattest du den safestart nicht schon geschafft geht ja gar nicht weil du hattest ja diese blue screens and down gehabt jetzt hat er es geschafft nicht auf dem boden hat er trotzdem geschafft die kleine pussy ich bin schon wieder nicht am essen nein das ist mal wieder wie immer müssen gar nicht hab ich eh mal zentlos menschen bist du ja fertig geworden ich will nicht können wir aufhören mitten in der aufnahme wie professionell wie immer ich hoffe dass das die beiden waren du bist behindert ich weiß die tasten nicht und deswegen nehme ich echt auch nur den nes controller ja ich nehme ja den ich schreibe mir die immer auf aber problem ist wann ich ertauscht er die und dann muss ich die ja checken alter guck mal wie rutschig das ist halt du scheiße der flash ist so bescheuert der flash ist so bescheuert ach ja wenn das nicht das bedeuten soll dass ich das nehmen soll aber irgendwie verdäuchte dinge ja wir flash ach handy nein war schon geschafft ja nimm ich halt nur das ding mit safe du 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 Das war ja klaaaaar. Wasser. Oder Luft. Sag nix. Nix. Wo muss ich das eigentlich machen? Bist du 2 oder 3? War 2, geh doch 3. Ist doch egal. Na voll schneller abflug. Bei dir. Dream дjm ele dENE DNE DE DLE Hetltititititititititititititititititititititititititititid Ernsthaft. Jaa ernsthaft, irgendwie. Oh ungewohnt wieder den CONTROLLEINER angstzuhaben. Da 하�st du auch immer nachts ne? Ungewohnt diesen CONTROLLEINER anzuhaben. Haa hanno. Du immer hier auch. stillch- Lind, okay. Aber es ist ein alter, das ist das Ding nicht vorher kommt.. Tja Davor gehen wir gegen Uwe hier Hallo Ja 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 Keine Nur weil es so rutschig ist Ach leck mich so hoch Ja Mann Scheiße Komm schon Vielleicht sollte ich mal warten Abwarten Du scheiss Ich dachte du kannst die Level Genau ey das sind Eislevel weißt du ich die Ghast habe Die hab ich immer übersprungen Die hab ich immer mit der Flöte übersprungen Alter Cheater Nein Du konntest immer in dem Level wo wir zuletzt waren Da konntest du immer Das Level überspringen Komplett Ja ich sag ja alter Cheater Nee da hattest du immer die Flöte genommen Ach du scheiße Ach du scheiße Ach du scheiße Ach du scheiße Das ist immer nicht sunshine Nein! Nein! Diese scheisse Eis! Das ist das Schlimmste der Hölle, ne? Ich brauche dafür Nervenchips. Hm, tu mich auch. Ich krieg's auch eh kein Leben. Säbster wahrscheinlich gleich eh wieder. Oder ist das Feld wieder da? Ja, tu mich auch. Bleib bei deinem scheiß Level unten. Arschloch. Warum bleibst du nicht bei deins unten? Wenn die Mecht haben. Hast du doch weit geschafft. Schweinsaftsack. Hörte mir einfach das Level. Warum klaue ich dir das Level? Weiß es nicht. Ich hab voll vor der Wolke gepatzt. Ja. Ja, Continuum. Sicher. Das ist nur eine Wärmphase gewesen. Ja. Voll. Wie kommt das so einfach, das Level? Einfach wirklich einfach. Achso, wenn ich dazu ein Ding hatte. Hier, ein Feuerspucker. Hier, ein Feuerspucker. Ah. Ja, du hast ein Feuerspucker. Ja. 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 Ich hab nichts gesagt. Ja. 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 das ist deine schuld geschafft bringt nichts du hast kein name dieses okay wollt ich nur wissen leider ich wollte es nur wissen ähm hab ich hey hab ich kein Beutel oder ach den kann ich bestimmt dir auswählen ne okay ist jetzt so riskant wieso mit der Wolke zu überspringen und jedem etwas ja ich bin so riskant hätt ihr das schloss machen müssen und ich kenn meinen glück ich fahr nur nicht im schloss ah komm fick spiel äh 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 hättest du hättest du das ist nur Mario hallo wenn du wenn du rutsch spring vorher noch einmal ja ja durchgeglitscht hab ich gesehen hast du nicht hast du nicht aufzupflügen weiter weiter lügner da da bist du abgestürzt da bist du abgestürzt ach man glaub da war jemand zu flink ja ein bisschen bisschen nein warum das das vielleicht kannst du das besser als ich hast du deins kann nicht besser als du also da darf ich gehen die kamario du bist fett wie glöckner dran ich bringe daneben das kann nicht wahr sein ich sag auch noch schwenkerneben ich will auf dich scheiße wenn du jetzt hammer kriegst du weißt was du damit machst du bist doch nicht den hammer jetzt macht du das doch besser dein ernst doch gar nicht dann eingreifen besser gemacht